Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sahne Sand ab Folge 2 mit euren Grauer Was geht ab? In den letzten Spielen grandioser Siegfreunde und die haben richtig viele Upgrades gefeiert, ganze 5 an der Zahl. Ich zeige euch mal eben die Leute, die uns verlassen werden. Das sind zum einen Wellenreuter, der Torwart, der linke Verteidiger Borgmann, der Rechtsverteidiger Narei, der ZDM Jung und ein Stürmer Waldschmidt. Und neu dafür im Team Stuckmann im Tor, Heidinger als linker Verteidiger, Sirigu als rechter Verteidiger, Wannewetsch als ZDM und Rukavica als Sturmpartner von Leroy. So, das war dann erstmal das. Da möchte ich mich erstmal bedanken für 133 Aufrufe für die erste Folge und 19 Daumen hoch. Ihr seid die besten Jungs. Das macht richtig Ansporn und deswegen mache ich auch weiter. Das ist einfach geil. So, in diesem Sinne suchen wir jetzt erstmal einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, da haben wir auch schon einen Gegner gefunden. Und dann gucken wir mal. Das ist das Team vom Gegner. Joa, die Chemie passt zwar gar nicht, aber darauf kommt es nicht an. So, der Anstoß, Freunde. Sterling sofort mit riesen Pace und naja, wir fangen den ab. Wieder Sterling. Sterling, immer noch Sterling. Und Sterling, 1 zu 0 für den Gegner. Pace siegt mal wieder, Freunde. Pace siegt mal wieder. Unfassbar. Naja, was willst du machen? 1 zu 0 für den Gegner nach nur nicht mal zwei Minuten gespielten Minuten. So, Fabregas. Fabregas. Cazorla. Auf Gervinio. Fabregas wieder Gervinio. Da wird gepaced und er in eine Flanke. Aber Vanewitsch klärt. Diersen. Auf Leroy. Leroy. Tankt sich durch. Leroy. Komm schon, Junge. Was machst du? Komm, komm schon. Schieß. Oh, was ist das? Elfmeter. Gibt der Elfmeter. Unfassbar. Guckt euch das an. Piqué foult. Und Sahne. Leroy kriegt erstmal einen doppelten Genickbruch. Aber das hält ihn nicht auf. Er schießt trotzdem den Elfmeter. Macht er ihn oder macht er ihn nicht? Das ist also eine harte Angelegenheit. Und was macht er? Er schießt in der Mitte. Oh mein Gott. Und wir liegen 1-0 zurück. Er nimmt die ganze Verantwortung auf sich. Und dann sowas. Rukavica jetzt. Auf Leroy. Leroy. Super Parade von Howard. Was ist das denn? Jetzt die anschließende Ecke. Und? Leroy. Ach. Das ist ja gar nichts. Dann nochmal. Sirigu. Auf Diersen. Diersen. Kasol erklärt. Jetzt. Jetzt passt auf, Freunde. So, Botka. Zauberfüßchen. Auf Rukavica. Den neuen Sturmpartner von Leroy. Und Pass. Auf Diersen. Auf Sahne. Und Leroy. 1-1. Unfassbar. Er macht uns den Kranich. Den super, super Kranich. Richtig geil. So mögen wir das doch. Leroy mit seinem nächsten Tor in dieser Serie. Richtig geil. Da sehen wir es nochmal. Rukavica auf Diersen. Und Sahne. Tor. 1-1. Richtig geil. So. Dann war auch schon die Halbzeit. 1-1 trennen wir uns. Mehr ist da nicht passiert. Jetzt sind wir mit Gaudino am Start. Auf Sirigu. Was wird er machen? Ach. Er wird abgefangen. Kolarov klärt. Einwurf aber. Sirigu. Auf Vannevetsch. Rüber auf Diersen. Auf Rukavica. 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 2-1. Kranich. Power hier. Kranich. Das ist ja unfassbar. Was hat der für einen Bums drauf? So manch ein Kommentator würde jetzt sagen, das war ein Hammer, Freunde. Unfassbar. Rukavica mit den 2-1. Aber der Gegner kam wieder. Über Huntela. Auf Sterling. Nochmal Huntela. Huntela. 2-2. Also dieser Gegner war echt nicht ohne. Trotz keiner vorhandenen Chemie. Aber man sieht mal wieder, darauf kommt es einfach nicht an. Unfassbar. Dann so Bottger. Auf Rukavica. Und Diersen. Rukavica. Rukavica facet sich durch. Ein Mann von über 90 Faces. Und in der Mitte Fehler. Und Diersen. Das gibt es nicht, Freunde. Das ist das 2-3. 3-2 für uns, Freunde. Das ist ja unfassbar. Was der Diersen so drauf hat. Er trifft auch wieder. Das ist auch nicht das erste Mal. So. Dann sind wir wieder am Start. Über Gaudino. Super Pass auf Rukavica. Rukavica. Aber Howard klärt. Unfassbar. Dieser Rukavica. Sterling jetzt. Der Gegner. Fabregas. Fabregas mit dem Alleingang à la Maradona. Fabregas. Vorteil. Und was ist das denn? Tor. Was ist denn da passiert, bitte? Also das geht ja mal gar nicht, Freunde. Was ist denn da, bitte, passiert? Fabregas mit dem Ausgleichstor. Unfassbar. 79 Minuten gespielt. Was ist denn das, bitte? So, jetzt. Jetzt greifen wir an. Über Leroy. Leroy auf Diersen. Rukavica. Rukavica. Was ein Hammer wieder. Alter Schwede. Dieser Spieler ist einfach unfassbar. Wo haben wir den denn rausgekramt? Aus was für ein Nähkästchen. Das ist ja... Ne. Das geht ja mal gar nicht. Boah. Ich hab richtig... Ich bin richtig ausgerastet. Bei diesem Tor. Also... Ich war im TS gewesen. Hätte da diese Aufnahme gehört. Oh, da sind Wörter gefallen. Die waren nicht vom schlechten Eltern. Also... Bitte. Mega Ding. Einfach. Freunde, Freunde, Freunde. Boah, wie er den Reih macht. Unfassbar. Da. Guckt euch nochmal an diese Schusstechnik. Howard ohne Chance. Also... Überragend. So. Dann der Gegner wieder bei Nasri. Da ist nun lange nicht Schluss. Nasri. Auf Javinho. Der ist durch. Und schießt. Was ein Glück für uns. Da hätte Stuckmann auch nichts machen können. Nochmal der Gegner. Fabregas auf. Yiguin. Und Sterling. Pfosten. Und weg das Ding. Boah. Und dann nochmal. Nasri. 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 Aber ihr verlassen die Kräfte. Und wir klären nochmal. So Wodka. Dann war das Spiel vorbei. Wir haben überragend 4 zu 3 gewonnen. Das war unfassbar. Also... Boah. Das war ein Spiel. Das hatte ich lange nicht mehr. Die letzten Spiele, die ich immer so hatte. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kevin De Bruyne oder was gespielt hatte. Oder sonst wen. Irgendein Team. Dann habe ich oft verloren. Oder sowas. Aber hier dieses Spiel 4 zu 3 zu gewinnen. Das hast du nicht alle Tage. Das war einfach unfassbar. Dann sehen wir nochmal hier was von einer Zusammenfassung. Und dann gucken wir mal. Spieler des Spiels wurde Wukavica. Ein Tor von Neeroy. Dann der Sieg. Das sind zwei Upgrades für diese Folge. Also besser kann man das nicht machen. Das heißt für uns. Wir haben im nächsten Teil wieder zwei neue Spieler. Die wir begrüßen dürfen. 4 zu 3 gewinnen wir. Einfach unfassbar. Ich würde sagen. Damit beenden wir die zweite Folge. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt. Leeroy Sahne Sand ab. Ciao. 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 Ciao.